liegt überall vogel dreck kauft ihr blackbox vogelschreck schauen wir mal rein habe ich bisher noch nicht gezündet kleine minibombenohre ich glaube aber dass die ganz gut sind schön mit folie oben sieht anders aus als das was man sonst immer hat aber ich greife immer daneben habe ich die ganze zeit nur aufs handy gucke naja coole dinger die werden auf jeden fall jetzt mal gezündet und ich wünsche euch viel spaß beim video so krass sind die gar nicht ich wollte gerade sagen so ich habe anders erwartet ich auch ehrlich gesagt ich hatte schon krassere bombenrohre so noch mal alle alle ja auf jeden fall die fliegen auch gar nicht wirklich hoch wer war schon lauter digga was war das denn was ich nicht festgemacht er macht den fest mit den steinen alter das mei ich weiss wenn du in die fresse kriegst vorbei alter ist genau festklemmen einfach so richtig rein warte warte genau richtig rein kennen genau weil das ist wir gehen mal ein stückchen weiter weg also ungefährlich sind die nicht ich bin weiße ich bin du warte musst du ich finde die scheppern übel ist der letzte oder was ok cool